Hallo und herzlich willkommen! Entschuldigung. Ja, ist richtig. Jetzt setzt du mit drauf. Wie soll der Dark Souls zurück? Sorry, ich wollte das einfach mal sagen. Wolltest du einfach mal sagen. Wolltest du auch mal anmoderieren, die Scheiße, ne? Genau. Geil. Willst du mich dann summonen vor Artorias Tor oder wie wollen wir es machen? Ja, kann ich machen. Also auf der anderen Seite, wo wir eh wieder hin müssen. Ja, ja, genau richtig. Auf der anderen Seite, wo wir eh wieder hin müssen. Auf der anderen Seite, wo wir eh wieder hin müssen. Alles klar. Also da, wo der Händler ist, auf der Seite, vor der Treppe. Okay, 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 okay. Mein bester Freund. Sag's doch gleich. So, ich bin da. Ich bin auch menschlich, aber ich seh nix. Hast du es denn schon gelegt? Hab ich. So, ich muss mir jetzt mal wieder... Oder geht das nur wieder vor Calamate? Nee. Glaub ich nicht. Das wäre ja ein Skandal. Wir haben ja Artorias ja eigentlich besiegt. Ja, aber das gilt ja für das Gebiet und nicht unbedingt für den Boss. Schätze ich. Naja gut, ich weiß ja auch nicht... Ich weiß auch gar nicht, wie man zu Calamate kommt, ne? Da kann ich dich hinterregieren. Du müsstest eigentlich hier geradeaus erstmal weitergehen. Und bevor du da in diese Fahrstuhl... Durch das Fahrstuhltor gehst... Achso, dann den Weg runter, ne? Ja, ja, genau. Richtig, da. Na gut. Werde ich das mal tun. Links gibt's auch ein Item. Wenn du unten bist, links erstmal gehen. Rum. Links lang, links lang, da, 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 da. Ich hab schon noch einen Gegner. Ja. Ganz nette Hundis. Ach, nette Hundis. Einschlag tot. Weg mit euch. So, was gibst du? Oh, Seele eines ehrenwerten Ritters. Das gibt, glaub ich, 10.000. Das ist nicht schlecht. Das ist ein Item. Das möchte ich haben. Der Rest ist uninteressant. Oh, da ist noch ein Hund. Oh, er ist ausgewiesen. Oh, er ist tot. Ist aber schön hier. Menschlich, ne? Kann ich dich nicht vielleicht rufen, dann? Ich bin menschlich. Zeichen eventuell vor dem, äh, vor dem großen Tor, bevor du dann da durchgehen kannst. Hast du dein Zeichen gelegt? Äh, nein, hab ich nur... Ja, warte kurz. Mal erstmal gucken, ob's ja... Also, wir machen ja eh beides, aber... Direkt vor dem Tor gemacht. Ich hab jetzt allerdings ne Nebelwand hier, ne? Wo? Wo? Wenn du weitergehst? Du meinst vor dem Holztor? Ja, ja, genau, richtig, da. Aha. Also, hier hab ich nix. Aber ich mach mal das Programm kurz nochmal an, vielleicht muss man sich nochmal reconnecten. Also, ne Nebelwand hab ich dann nicht, ne? Ja, ich weiß auch, wie du die Nebelwand kriegst. Ich muss ja wahrscheinlich einmal durch und sterben. Äh, du hattest mich ja vorhin gefragt gehabt, wie du, äh, ob der Weg nach oben, was da oben gibt, äh, bei Autorias Fighter, bei der Arena. Ja, da gibt's ja den Weg nach oben. Da oben ist ein, äh, Schmied. Und genau, wenn du mit dem Schmied mehrmals redest, schießt der die Kalamid, äh, vom Himmel runter. Und dann erscheint auch die Nebelwand hier bei dem Holztor. Aha. Das ist mal schön kacken. Na gut, dann gehen wir mal eben... Ah, nimm mal dieser Mauszeiger. Ich muss jetzt mal einstellen, dass er den Mauszeiger nicht mehr offen ist. Voll nervig. So. Dann wollen wir da mal hingehen. Mal gucken, was das für ein, äh, lustiger Zeitgenosse ist. Eigentlich ist es voll lame, das mit so einem Trick zu machen, ne? Die Bosse zu töten. Aber wenn einem das Spiel auf den Sack geht, hart auf den Sack geht, da geht man einfach zurück auf den Sack. Punkt. Und dann nutzt man natürlich auch sowas. Aber wir haben ihn zumindest gesehen. Ja, das ist ja auch schon mal was. Ich bin mal gespannt, wie ich diese Dateien hier alle bearbeiten kann, weil ich die anders aufnehme als sonst. Also nicht das Spiel aufnehme, sondern halt nur mein Monitor. Eigentlich müsste das genauso gehen. Hoffe ich. Zumindest. Ähm, ja. So, wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Wir haben ja, glaube ich, den Schlüssel dafür jetzt bekommen. Dann reden wir mit dem Dude. Und mal gucken, was der... Vielleicht hat der auch noch irgendwas Nettes. Was man sich so kaufen kann. Ne? Und mal gucken. Schauen wir mal. Es ist sehr hübsch hier. Wahrscheinlich. Wo geht's denn da hin? Ah ja. In den Tod, alles klar. Das lass ich mal. So. Wappenschlüssel benutzt. Kletter hoch. So. Jutentag, 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 Jutentag. Wie geht es Ihnen? Mh, ein Visitor, haben wir? Ja. Jutentag. Oh, ja, da. Ich find das ja immer wieder ein bisschen risky, überhaupt als menschlich irgendwo mal AFK zu gehen oder so. Ja, das ist immer nicht ganz so clever eigentlich. Okay, ich bin grad bei dem. Okay. Warte, ah, er ist doch ein Schmied, oder? Er war ursprünglich ein Schmied, ja. Er ist im Streik, ich verstehe. Ja, na gut. Ja, ja. Mh, der schwarze Drache. Ja, ja, ja. Naja, schauen wir mal. Ich bin zwar klein, aber uho. Hm, es ist sehr wenig zu sagen. Wie gut ist ein Dach, mit keinen Händen zu schmieren? Aber ich bin glücklich, dass ich hier leben bin, ich glaube. Okay, er sagt jetzt immer nur das Gleiche, also er schießt nicht auf den. Da müsstest du wahrscheinlich einmal zu Kalamät hingehen. LOL, ich wurde jetzt von irgendjemandem gerufen. Echt jetzt? Warum können die dies sehen und ich dich nicht? Das ist doch alles Schiebung hier. Ich probier's mal mit dem eben kurz. Ja, mach mal, mach mal. Do that. Ich probier's. Oh, warte mal, da hinten ist was. Das ist meinen findigen Augen nicht entgangen. Die Seele eines Helden, nehm ich doch gerne mit. So, na gut. Ja, ja, machst du da mal, Freund. So. Na ja, dann gucken wir mal. Vielleicht mach ich noch direkt First Try einfach weg. Kann natürlich sein. Wow, der tat weh. Mal zu zweit ist er wirklich. So, ich bin gleich da. Jetzt gucken wir mal, was der drauf hat. Wahrscheinlich gar nichts. Der kann nix, kann er. Nix kann er. Oh, der hat da weh. Dude, kannst du mal bitte anfangen an zu dealen? Oh, oh, oh. Okay, er ist tot. Da ist er. Guck mal, der fliegt einfach weiter. Der hat voll Schiss von mir. Heidechse? Weiß nicht. Aha, man müsste da runter, theoretisch. Aber es gibt ja keinen Weg da runter. Muss ich da runterfallen? Ja, richtig. Ja, ist natürlich doof, ne? Oh. Unkel-Titanit-Echse. Stirb. Nein, sie ist weg. Nein, sie ist tot. Alles klar. Schwupps. Schwupps. Und schwupps. Und schwupps. Wow, toll. Hier gibt es ja eine Leiter. Ja, klar. Ich frage dich, muss man hier runterfallen? Ja, muss man. Spätten haben willst du, ja. So. Ach, da kommt er angeschissen. Du musst einmal sterben, damit du mit dem Schlieb noch mal reden kannst, damit er dir den runter schießt. Ja. Damit du den eben wart hast. Das war überhaupt kein Problem. Wieso bist du jetzt gestorben? Habe ich mal eben gemacht, ne? Gar kein Thema. Ja, der kam dann mit seinem komischen Giftgespray da an und hat mich einmal gehauen und dann war ich tot. Stadt oder Ziel. Genau. Kann man dem irgendwie, also den kannst du ja auch nicht wirklich entgehen, ne? Wenn er seinen komischen Attack da macht. Wenn er dieses, keine Ahnung was, das ist, das Gift da speit oder so. Aber egal, dann bin ich wenigstens beim Schmied. Kann er denn nicht mehr fliegen? Wäre ja eigentlich realistisch. Er kann doch fliegen. Ach, das ist doch doof. Fliegen. So. Ich bräuchte meine Rüstung, die eigentlich... Warte, warum habe ich den Hockring an, Alter? So, mein Frohen. Ich gucke ein Dach. Oh, naja, ein bisschen. Ich glaube, der ist ganz gut. So, wer hat denn hier eine hohe Feuer? Der, was? Als ob die Schwarzeisen ritten... Ich rede doch gerade. Gaffer ist der Typ. Alles klar, okay, jetzt schieß ich ihn runter. Er ist kaputt. Genau, erstmal den Stein hinlegen. Nicht, dass er kaputt geht. Wäre natürlich dramatisch. Warum kriegen wir nicht so einen Bogen, so einen großen? Wie darfst du wissen? Das wäre voll geil. Schau mal vor, du hast so einen Riesenbogen, ey. Richtig nice. Nice shot. Ich bin noch nicht da, ich rede noch an ihm. Okay. Danke schön. War voll nett von dir. Bist ein cooler Dude. Ich würde einfach sagen, du kommst einfach mit, dann machen wir zusammen alle. Aber ich glaube, das wird nichts. Warte, das war dir auch so lustig, weißt du? Er schießt den Drachen mit einem One-Shot ab, weißt du? Und er stirbt nicht, beziehungsweise fällt einfach nur hin. Warum schießt er den nicht mit uns ab? Nee, das wäre cool. Stell dir mal vor, du könntest ihn einfach so recruiten und er wäre dann in deinem Squad drin und er kommt immer mit dir mit bei Kämpfen. Stell dir mal vor, du hättest so einen Riesen bei irgendeinem Bossverein. Auch wenn er nur mit dem Bogen schießt, ich glaube, der macht gut Aua. Gemacht. So, ich bin jetzt auf dem Beisch. Gemacht. Wartest du gemacht? Menschlich gemacht hast. Nö. Weißt du, jedes Mal dasselbe Spiel, da vergisst du immer wieder, sich menschlich zu machen. Ja, aber wenn du es schon weißt, dann sagst du dir doch vorher. Ach, nicht doch jetzt. Ja, aber da bin ich ja schon in den Heimweg gerannt, ey. Mann, Mann, Mann. Was mit ihm spielt, dann erinnert ihn wirklich an jeden kleinsten Scheiß, weil er immer wieder alles wirkliche vergisst. Ach, Mann, jetzt muss ich die Menschlichkeit ja auch noch zunehmen, das ist natürlich doof. So, 52 Menschlichkeit und 4 Doppelmenschlichkeit, ey, da raste ich ja aus. So, nicht menschlich. Ja, wir möchten gerne aufstehen von diesem Feuer und wir wollen weitergehen. Wir haben noch was zu erledigen. Und zwar einen Drachen töten. Aber ich frage mich trotzdem, wie kann man diesem AOE-Angriff ausweichen? Äh, welchem AOE-Angriff? Naja, der hat ja später ein komplett anderes Attack-Pattern, wenn er unten ist. Achso. Naja, weil er kam ja angeflogen und hat ihn direkt auf den Boden gespeit. Und dann so diese komische schwarze Flüssigkeit und da kann es ja nicht ausweichen. Und dann so, jetzt sind ja die Hunde auch wieder da, ne? Boah, nee, vergiss es den Ring. Ich hab das Ganze vergessen. Mann, nicht... Alter, jetzt war ich doch nicht auch so Drecksköter. Stirb. Hab ich eigentlich... Ah, ich hab immer noch den Scheißring an. Möchte mehr Loot. Denn Loot ist gut. So, da ist noch ein Hund. Komm. Ja, versteckt sich hinter dem Holz. Ja, ist eine gute Sache. Gut. Okay, ich bin da. Okay, ich lichter mal mein Zeichen. Vorhin mich der eine finden konnte und mich gerufen hat, müsstest du das jetzt eigentlich auch können. Ja, eigentlich. Aber noch sehe ich nichts. Wo hast du das hingelegt? In den... ins Wasser? Tor. Naja, vor das Tor, aber da ist Wasser. Hä? Da vor die Nebelwand hast du es gelegt. Die beiden sagen es so. Ah, da ist es. Da ist es. Also, befürchte ich. Ist du das? Ah, du hast eine neue Rüstung angezogen. Äh, Feuerresistenz und sowas. Alles mega angezogen. Feuerresistenz. Psst. Brauche ich nicht. Was sagst du jetzt? Bin schon mal durchgegangen, ne? Ich bin der Master der Feuerresistenz. Da hab ich den jetzt ringt überhaupt an. Ja, hab ich. Huiiii. Tot. Okay, da hinten liegen meine Seelen. Da liegen noch ein Item. Da kommt er an, ihr Schissen. Kleine Kacksau. Tja, voll unfair. Der kann jetzt ja über das ganze Feld mal in der Sack. Ey. Oh Gott. Ey, fuck. Heil dich. Nicht gesehen. Was ist das denn? Oh, weg. Fuck, 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 fuck. Das ist das erste Mal, dass du das gemacht hast. Was ist das? Oh, das ist der scheiß Verfluchungsangriff. Achso. Ja, gut. Oh, bei der Kacke. Oh, oh. Oh, oh. Oh, alles cool. Oh, scheiße. Meine Rüstung ist in Gefahr. Rüstung in Gefahr. Ich bin... Oh. Fuck. Du bist tot. Jetzt hab ich dich aufgepackt. Ja. Scheiße. Okay. Oh, Alter. Wie kacke, Alter. Nein, du darfst mich nicht hauen. Da... Sag mal, hörst du mir nicht zu? Was? Warum bin ich hier? Ich bin tot. Oh, um eins. Ich bin da, ne? Ich hab mein Zeichen eigentlich hingelegt gehabt. Ja, vielleicht... Hm, hm, hm. Ich bin gleich wieder da. Alter, nicht dein Ernst jetzt, oder? Ja, ich glaub... Ich glaub doch. Warte mal, ich muss mal ganz kurz... das Ding da vom Kopf nehmen. Nein. Ey, was ist... Ich sag... Ich sag, ich bin... Lalalalalala. Hab den Herd angelassen. Ich komm gleich wieder. Ich weiß auch nicht. Gestern war das irgendwie komplett zu verflixt, ne? Dass wir uns nicht gefunden haben. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Gestern ging gar nix. Ich hab mich übrigens versteckt. Ich muss mich niemals finden. Nein, da bin ich nicht. Hier war anders hinten. Ich war nämlich eigentlich hinter diesem Stein. Hast du nicht gesehen, wa? Jetzt will ich immer was von dir sehen. Ich bin jetzt der Heal. Es wird schon vorbei. Kalamed. Oh, Junge. Alter. Oh, was? Ey, ich bin ausgewicht, Mann. Naja, zu spät. Ach komm, mal gucke ich schon wieder da drinnen. Das ist ja gemein. Man kann ihn ja gar nicht... Also, man kann... Also, nee, kann man gar nicht. Nein, nicht mit... Nein, nein, nein. Oh Gott, aua. Oh, 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 oh. Lol. Alter, was hat denn der für eine Rage-Methode? Viele werden wahrscheinlich den Boss-Fight hier mit zwei Leuten versuchen. Also... Kann gut sein, ja. Kannst du es selber versuchen, aber... Also, ich würde ja rein theoretisch sogar, dass wir noch jemanden probieren, aber ist ja auch keiner da, ne? Hattest du eigentlich die Seelen hier eingesammelt gehabt? Ja, ja, die habe ich schon. Ja, ab dich auch nicht. Ja, komm, Alter. Viel zu früh ausgewichtigt, Alter. Boah, 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 boah. Oh Gott, jetzt... Oh, nein, 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 nein. Wann mach ich? Ich versuche, dich mal ein bisschen zu heilen. Oh Gott. Eieieiei. Regen gemacht. Geiler Spinning-Move, Junge. Nein, nein. Warte. Warte kurz. Es war nun versehen. Es war nur... Oh Gott. Na. Huuu. Glück gehabt. So, schön in den Arsch gepiekt. Ich hoffe, es gefällt dir. Oh Gott. Weg hier. Nein, nein. Nein, nein, du willst es nicht. Oh Gott. Oh Gott. Ui, 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 ui. Puh. Okay, das ist immer schön, wenn er sich auf nur einen Fokus... Ah, das ist gut. Oh Gott. Aber ich bin gestolpert, alles gut. Viele Estos hast du noch? Drei. Zwei. Nicht mehr viele. Ich warte eigentlich immer darauf, dass er mit dem Rücken zu mir steht, weil... Das ist, glaube ich, immer der Moment... Oh, fuck. Oh, oh. Okay, ich benutze jetzt beide Estos. Und jetzt muss... Jetzt müssen wir es machen. Oh Gott. Hi. Ich bin ausgewichen. Ja? Ja, komm mal, Alter. Oh Gott, du bist tot. Äh, äh, äh. Wie bin ich das denn jetzt mit ausgewichen? Oh, was? Nein. Nein, er fliegt. Oh, nö. Ich muss weg. Oh Gott. Er hat mich... Ach komm, ich bin doch gerannt. Und... Mann. Wieder die Hälfte haben wir geschafft. Und danach... Ob das ist... A little bit impossible. Ach, der ist bestimmt voll easy, sagt sie. Ja, schon. Ja, der Rest auch. Geugt bei mir. Ja, als ob, Alter. Ja, du wirst immer so schnell getroffen, was ist denn da los mit dir? Du bist ein Pro-Gamer, hey. Oh, 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 oh. Wow. Ich muss irgendwie hinter ihn kommen. Oh Gott. Macht der... Macht's Damage? Mach keinen Schaden. Näh. Also, ich mit dem Sperrmach ehrlich gesagt mehr Damage. Oh Gott. So was macht der auch noch, natürlich. Gut, dass ich Feuerresistenz zur Rüstung gerade habe. Vorsicht, jetzt nicht. Ja, ich wollte ausweichen, aber ich durfte nicht. Hat er was dagegen gehabt anscheinend. Jetzt bin ich natürlich sehr nah an die... Er hat mich getroffen? Natürlich hat er mich getroffen. Warum auch nicht? Könnte ich mal bitte gerade aus seinem Dunstkreis hier raus? Pick, 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 pick. Fuck. Huh. Okay, ich habe jetzt nur noch einen einzigen Estus. Ah, shit. Nein, nein. Ah, hör auf damit. Nein, hör auf damit. Oh, das war nicht cool. Okay, das war mein letzter Estus. Ich kann dich nicht mehr heilen. Guck mir erst mal meine Seen zurück. Nein. Ich bin da reingerannt. Ich bin so doof im Kopf, Alter. Ja, genau. Oh Gott. Alles klar. Danke. Du hast mir gerade voll den Arsch gerettet, mein Freund. Ich glaube, die Waffen, die ich jetzt gerade ausgewählt habe, die konntest du komplett vergessen. Aber ich habe nicht mit den Heiligenstärken am meisten geschehen. Oh, Alter. Mann, ey. Mal mit so einem Scheiß weggespringen und so. Oh, nö. Ach, ich gehe jetzt einfach weg. Ich hole mir jetzt da hinten das Item und dann lebe ich glücklich und zufrieden. Kram mich mal. Ich habe zwei von Gafs großen Pfeilen. So. Nein. Oh, verdammt. Dann kriege ich den Tod. Ich bin mit dem Wirbelschreif getroffen, oder wie hast du mich getroffen? Warte mal. Ja, guck mal. Immerhin 4 Damage. Sag mal nicht, du. Bam. Willst du mich verarschen? Ja, ist ja klar. Du bist nicht so krass. Nee, ich habe die Großteil gerade ausgerüstet. Achso. 289 mit dem Speer. 155. Schaden, Alter. Scheiße. Ich konnte, ich hatte keine Ausdauer mehr. Glück gehabt. Da habe ich jetzt sehr viel Glück gehabt. Dass du auch immer so nah bei dem bleibst, ey. Kann ich mich gar nicht trauen. Warum habe ich den nicht getroffen, den Arsch? Er hat ein Wasser, er hat mich erwischt. Ach, komm schon. What the fuck? Hier kämpft gerade noch einer gegen ihn. So. What the fuck war das denn? Soll du doch Half-Life. Ja, aber das doof ist. Boah, jetzt. Okay. Rastet er völlig aus. Ja, jetzt mache ich komischerweise ein bisschen mehr Schaden zweihändig als mit dem Silberretter-Speer. Komisch. Glaube ich zumindest jetzt. Nein, oh, ich habe daneben gestanden. Das ist natürlich ärgerlich. Liegt aber, wie gesagt, vielleicht auch daran, dass ich viel mehr... Nein, nein, nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, scheiße. Huh. Knapp. Oh, fuck. Oh, das war... Ich habe das Glück gehabt, dass er den Angriff gemacht hat. Scheiße. Wenn man den nicht anvisiert, ist das echt kacke, ey. Mann. Wenn er so auf seinen Hinterbeisen steht, dann bringt er das Anvisieren halt gar nicht. Da muss man von der... Ja, aber ich schlage halt sehr oft daneben, weil ich ihn nicht anvisiere. Komm schon. Komm schon. Sehr gut. Nein. Oh, warum hat er mich getroffen? Unfair. Ja, genau. Mach mal das. Oh, da hatte ich auch wieder Glück. Oh. Ai, 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 ai. Okay, komm mal. Nein. Ach, komm schon. Ich bin ausgewichen. So, einmal hauen. Wieder ein bisschen dancen. Okay, er fliegt wieder hoch. Schaffe ich es? Schaffe ich es? Schaffe ich es? Schaffe ich es? Ich komme... Okay. Easy. Jetzt nicht du schaffst, Colorbeat. Nee, nee. Also ich glaube nicht. Er hat noch vier Balken, aber... Oh. Oh, scheiße. Das war doof. Oh, Glück gehabt. Du musst ihn auch... Oh Gott, jetzt macht er den Scheiß schon wieder. Jetzt komme ich, glaube ich, nicht weg, oder? Nee, was hat er denn gemacht? Niemand weiß es. Nein! Ah, scheiße. Er hat nur noch drei Balken gehabt. Dafür bekannt, dass es Feuerschaden macht. Deswegen. Fuck you, Alter. Diesmal wirst du mich nicht treffen. Oh, no hit. Scheiße. Ich dachte, er macht was anderes. Ist geflogen. Ach, toll. Ich dachte, er macht seinen Kugel. Was macht er denn jetzt für den Scheiß hier? Was? Ich bin durchgegangen. Ah, fuck. Hi. Du bist ein bisschen confused, oder? Okay, mal kurz. Ich sag, er trifft dich da. Oh, oh. Nein, das ist scheiße. Ui, Attacke. Fuck. Ja, weil ich dich heilen wollte, ey. Wie ist denn, man, da wird man nur bestraft bei sowas. Oh, Gott. Boah. Oh. Oh, ich bin unverliebt. What the fuck? Nein, ah, dann, ja, dann kann er auch noch so zurückspringen. Ach so, er macht den Angriff. Alles gut. Wie ein Wirbelsturm. Ach, komm. Okay. Komm, Alter. Was? Warum hat der... Was? Warum hat er mich getroffen, ey? Hätte ich jetzt Menschlichkeit, ohne Witz, dann würde ich mich damit teilen. Ich hab ja genug. Ja, ich hab mich geheilt mit Menschlichkeit. Ja, ja, ja. Das hab ich auch vor. So. Also, guck mal, du kannst dich auch selbst sein. Das ist natürlich gut zu wissen, ne? Nein. Nur nicht leichtsinniger zu werden, mein Freund. Oh, Gott. Mann. Geiler Move, Junge. Nee, ist klar. Warum bist du denn jetzt gestorben? Ich hab verkackten Schwein getroffen, dein. Sag mir jetzt bitte, dass du ihn schaffst. Weiß ich doch nicht. Er hat nicht mehr sehr viel, aber... Vielleicht hat er für mich zu viel. Warum? Alter, das ist so unrealistisch, dieser Drache, ne? So, komm schon. Oh, oh. Er hätte ich gar nicht so hart ausweichen brauchen. Alles klar, weiß ich Bescheid. Ich geh jetzt bald. Ach, fuck. Schwanzattack. Oh, daneben. Das war jetzt doof. Ich möchte eigentlich mal ganz kurz von hier weg, aber irgendwie glaube ich nicht, dass du mich lässt, ne? Oh Gott. Okay, jetzt lässt du mich, ja, alles klar. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war scheiße. Komm schon, nimm die Menschlichkeit. Nimm sie, nimm sie, nimm sie, nimm sie, nimm sie, nimm sie, nimm sie. Fick dich, du kleiner Drecksdrache. Fick dich, 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 fick dich. Jetzt bitte, dass du den ganzen Scheiß überlebst und den Drachen warst. Schnell, nimm sie, nimm sie, nimm sie, nimm sie, nimm sie, nimm sie. Boah, ich lasse dich. Nimm sie doch schneller, Mann. Ich komm von dem... Alter, wie weit kann der bitte hinter sich gucken, der Penner? Ich bin tot. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Alter, das gibt es nicht. Kann man schlicht blocken. Warum hast du schon Schaden? Na, nee. Oh, oh. Okay. Auf, Alter, du scheiß Drache, Alter. Okay, also hier hinten bin ich safe. Ich stehe mal hier... Alter. So, ich hab noch zwei Histos. Dann wollen wir auch mal in den Kampf eingreifen. Das meine ich, weißt du, er trifft dich, obwohl du hinter ihm schon stehst. Machst du irgendwas? Ne, hoffentlich nicht. Au. Oh Gott. Ganz kurz weg, zack. Ein Flakon hab ich noch. Uh, ausgewichen doch. Ist das gut? Ja, ja. Jetzt lieber wie so eine Pussy abbauen, weißt du, der Drache. Ja. Mann. Fuck. Darauf hab ich nicht geachtet. Nein. Ah, toll. Anleitheit. Kann nicht sein, Alter. Also, wie gesagt, ich glaube, der Spielstil, dass du da so nah dran stehst, der ist nicht gut. Ich mein, du siehst, wenn er eigentlich in charge, das ist nicht, was das... Ich glaub, das heißt... Scheiße, scheiße. Oh Gott. Uh. Alter, komm schon. Alter, komm schon. Unrealistisch as fuck, genau. Oh. Oh Gott, der macht den ja, ist klar. Schremmen mal kurz weg, mein Freund. Achso, ja, der macht einfach den, ist auch cool. Auch eine Möglichkeit. Ich sollte vielleicht meine Seelen holen. Bitte, die dich am Ende verlieren? Nee, nee, weil das ist noch Menschlichkeit mit bei. Oh. Da waren vier Menschlichkeiten noch mit drin. Das ist, oh Gott, Trauer. Deswegen ist das, glaube ich, nicht so verkehrt. Uh. Aber da. Wenn du das machst, dann mach ich das. Ist das dein Ernst? Was ist das denn für ein Kack? Jetzt wurde die Menschlichkeit verbraucht, aber ich hab mich nicht geheilt. Und ich bin tot. Das hätte was. So, ich muss jetzt erstmal meine Seelen holen. Die Menschlichkeit möchte ich nicht verlieren. Du darfst dann nicht zu lange bleiben, ne? Sonst tötet er dich. Oh. Okay. 87 Grad. Okay. Scheiße. What? Mann, jetzt triff ihn doch. In seine scheiß Ferse. Richtig so. Das war gut. Aha. Er mag dich anscheinend. Das auch gerade. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Fuck. Okay, jetzt die Chance. Zwei Hits. Anu. Schweren Angriff. Und wieder ein bisschen um ihn rumdancen. Nein, oh Gott. Oh, scheiße. Das war doch. Achso, er macht den. Okay. Okay. Ich hab noch drei Flakons. War ich doch zur Seite aus, Alter. Ich hab noch zwei. Ich hab noch ein. Nein, 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 nein. Okay. Ich hab keine mehr. Das heißt, du solltest dich mit Menschlichkeit jetzt heilen. Jetzt mach ich's auch. Ja, mach's doch vorher. Also ist doch gerade voll viel Zeit dafür. Geh doch weg da raus. Mach mich, heilig, wenn du wieder stehst. Lol. Ich geh auf den Fernkampf, Alter. Ich geh in den Fernkampf, Alter. Hoch. Okay, ist jetzt gerade auf dich, ne? Ich weiß. So. Okay. Ach, immer dieser Scheiß-Dash, ey. Ja, das denk ich mir auch gerade. Macht er denn jetzt für einen Scheiß? Ich bin voll gerade gefreut. What the fuck? Vor allem, wir sind nicht mehr ansatzweise hinter dir. Aber Hauptsache, er macht das, weißt du? Ja. Hauptsache, er macht irgendwas. Oh. Weg, 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 weg. Ja. Uiuiuiuiuiuiui. Ich hab's noch geschafft. Ich bin doch rausgekommen. Alter, bin ich schlackig. Sehr gut. Oh Gott. Alter. Dieser Angriff, der ist so behindert einfach, ne? So, nice Also diesen komischen Kopf gedreht, weiß nicht, das schaffe ich irgendwie nicht auszuweichen, wenn ich ehrlich bin Oh, Bauer Okay, schnell heilen Okay Nein, 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 nein So, wirst du wieder auf mich gefokust, heil dich Komm schon, jetzt ist er Yes Oh, Alter Alter, leck mich doch am Arzt, Alter So, jetzt werden wir den ganzen Scheiß nochmal machen, weil wir das für mich brauchen Tschüss Oh Gott Alter Das war jetzt ein Krampf im Marsch, Alter Können wir sofort mal machen, ich will aber ganz kurz gucken, was der Ring macht Erhält doppelten Schaden Ja, du, du selber Ich erhalte doppelt Schaden Ein Ring verzaubert von dem orangefarbenen Auge des Kalamid, dem Unheilsbringer, verdoppelt ihn von seinen träge erlittenen Schaden Ein nutzloser Ring, der keinen Finger zieht, sollte am besten gut versteckt bleiben Warum kriegst du sowas? Was ist das bitte für ein iTunes-Job, ey? Benutz dich jetzt Das sind für die Hardcore-Masochisten von Dark Souls Alter, ist das ein Scheiß, ne? Na gut, aber wir haben es erstmal geschafft, wir machen das Ganze jetzt natürlich nochmal für Chingy Das nehme ich jetzt aber nicht auf Ja, ist klar Ähm, und damit ist der DLC durch Und als nächstes, weiß nicht, wo geht... Hm, ist die Frage, ich glaube als nächstes wäre ganz gut das Lava-Gebiet, ne? Ja, oder wir machen erstmal die Four Kings, weil da brauchen wir da auch nicht mehr hingehen Ja, gut Ja, okay, kann man natürlich auch machen Also es sind jetzt nur noch zwei Wege offen Ähm, und dann kann man Grün machen Ich würde die Four Kings machen Na gut, dann machen wir jetzt nächstes, äh, gehen wir nach Neulonlu Und dann versuche ich die Neu... Die Neu Kings, wollte ich gerade sagen Die Four Kings einmal alleine Und dann werde ich sie nicht schaffen Und dann werde ich traurig sein Und dann, äh, zweiter Versuch machen wir wieder zusammen Ich bedanke mich bei euch, bis zum nächsten Mal Haut rein Ja, tschüss